so guten morgen zusammen und ihr wisst ja neuer tag neuer shop zehn leute sind online um 5 uhr 22 grüße gehen raus manche haben echt ein bisschen die sucht am hals so wir sind jetzt level 39 ihr seht ich habe immer noch jede menge aufgaben aber auch die werden wir schaffen denke ich mal wenn ich irgendwas dazwischen kommt also die ganzen aufgaben zu machen ist echt ein krampf inzwischen aber wir gucken einfach ob es durchhalten alle wirklich zu machen oder eben nicht dann gehen wir mal rein in den shop so was haben wir neues drin auf jeden fall triniti trooperin die gab es ja beim cup zu gewinnen ich weiß es ganz schwer bei welchen auf seinem switch cup war oder die andere cup aber inzwischen sage ich mal ganz ehrlich bei den cups ist für uns normal spieler gar keine chance die skin zu bekommen so dass hier ist da zwei verschiedene stile ist okay es werden sich in viele holen weil dann so ach nee den habe ich mir nicht gekauft den habe ich aber im cup bekommen mehr brauche ich ja nicht sagen wenn ihr euch den skin natürlich gönnen wollte gerne mit meinem creator code yt unterstrich familie grüße gehen an die 37 leute raus die ihn schon eingetragen haben sei du der 38 und in dem sinne würde ich sagen wir mal ganz schnell weiter so dann haben wir isabel immer noch drin hat mir gestern schon auch mit dem remote natürlich er starb der astro astro meisterin dann entspannte beißerin mit dabei der gemütliche beißer dann der haine ja dann hei paddel haifisch und der skin des weiteren jetzt muss gucken habe ich kopiert an out west warte ich muss wegen musik wie ihr wisst ja kopiert professionell so dass ist das die mode verlinke ich euch aber oben rechts habe ich wieder extra für euch hochgeladen also da keine panik dann haben wir den mech anführer sind auch wieder zurück im spiel gott ist das schon so lange her dann die combo klicken mech team die mensch die monster und natürlich dass die mode so des weiteren ist cloacate shadow da beziehungsweise die schatten schwingen und plus den skin dann haben wir die rächerin mit drin flamingo könig ist zurück knochenlos das kennen wir auch und durch die decke sonst haben wir eigentlich nichts neues was rettet die welt betrifft kann ich sagen gibt es heute 65 wie bugs und in dem sinne würde sagen euch einen schönen tag nicht zu viel und in dem sinne haut rein